Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Wir sind heute in Kiel. Tourauftakt, zweite Hälfte Flächenbrandtour. Wir freuen uns. Es juckt uns in den Fingern. Irgendwie die Pause zwischen der ersten Hälfte und jetzt war irgendwie zu lang. Wir haben wieder Bock. Jetzt machen wir uns gerade noch frisch und in 30 Minuten geht es auf die Bühne und dann wird erst mal Kielster fickt. Kann man so sagen. Bis gleich. Ja, 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 dieser Song geht ins Ohr und das Radio spielt dich hoch und runter. Die Masse frisst einen Einheitsbrei und einen Sommer später ist alles vorbei. Und einen Sommer später ist alles vorbei.